An der Espresso-Maschine geht mir direkt in meine Milch rein. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Das Besondere ist zum einen die automatische Mahlgradeinstellung. Ich habe hier ein Mahlwerk drin, was sich für das Getränk individuell verstellt. Also die Maschine weiß, dass wir möchten Cappuccino, deswegen brauchen wir einen Espresso. Und für Espresso malt die Maschine automatisch ihn ein. Außerdem ist es besonders, dass wir hier einen Lanze haben, wie an der Südflägermaschine. Sie schieben in ihrem Kämmerchen dann von alleine rein. Und dann kommt hier der Kaffee raus. So, und jetzt kann ich hier, wie für ein Cappuccino üblich ist, kann ich auch hier direkt meine Milch in die Tasse gießen, sozusagen. Genau.